Ich habe nach Wohnungen gesucht. Ron ist noch nicht so weit. Ich bin wegen dir geblieben. Jetzt bist du dran. Wenn wir sie verkuppeln, meinst du, sie würde bleiben? John hat sie sehr verändert. Das tut weh. Ich kenne diese Christina nicht. Dann wird es wohl Zeit. Es geht nicht immer um dich. Who's taters to me? Oh my God! Who's taters to me? Foxy, lady. Who's to sing that to me? Do me a favor, nah. Heute gehen wir Rollschuhlaufen. Das machen wir zwei bis drei Mal pro Woche. Es ist eine Art Schwestern-Therapie. Ein tolles Hobby. Wir lieben es. Man vergisst dabei alles, was einen so beschäftigt. Sind unsere Afros nicht süß? Ja, die Afros sind... Schön. Sie sind anders. Hast du gefurzt? Ach, das Fenster auf. Wie hältst du das aus? Vanillet-Duft. Vanillet-Duft. Wir sind da. Ich werde mir alles brechen. Wenn ich mit meiner Frau ausgehen will, dann nur als Anhängsel. Steck die Schnürsenkel rein. Sonst fällst du. Ja, ich bete. Komm mal. Seid ihr immer zu dritt? Tsch, ja. Meistens. Immer. Wir waren auch schon allein aus. Okay. Wo? Am 20. Hochzeitstag bin ich ihnen gefolgt. Bis in unser Hotel. Und ist geblieben. Go! Komm, lass uns. Lass uns. Bitte lass mich nicht hinfallen. Sobald wir auf den Rollschuhen stehen, gibt es kein Halten mehr. Es ist so ein Glücksgefühl. So belebend. Wir fahren schon, seit wir klein sind. Und ich konnte etwas machen, wofür ich keine Hände brauchte. Auf den Rollschuhen war ich nicht mehr eingeschränkt. Ich konnte mich bewegen wie jeder andere. Wir genießen es immer noch wie früher. Und sind uns dadurch noch näher. Oh, komm mal, Baby. Du kannst es. Ich hole ihn. Du schaffst das, glaub mir. Komm, glaub mir. Oh, ***. Ich hoffe, ich kann dich... Nein, 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 nein. Ich kann das nicht. Ich weite. Geh weg von mir. Lass uns den Trainern. Komm, Ron. Komm, Ron. Wir haben coole Moves drauf. Der Zug ist unser Markenzeichen. Lass ihn los. Ihr lasst mich allein? Es war zum Todlachen. Er hat's versucht. Ich bin stolz auf ihn. Fester Boden. Du warst zum Schießen. Toll, dich fahren zu sehen. Und fallen. Und krabbeln. Ihr hattet euren Spaß. Es war toll. Wir hätten Spaß haben können. Schwesternzeit ist uns wichtig, das weißt du. Wir müssen dich verkuppeln. Wir müssen dich verkuppeln. Super Idee. Ich liebe es. Ich date keinen, den er anschleppt. Ich bin jetzt zwei Wochen hier und mein Zeug ist immer noch im Abstellraum. Ich will nicht drängeln, aber könnte ich die Sachen nicht langsam in deinen Schrank räumen? Für den Moment ist es am einfachsten, die Sachen dort zu lassen. Aber ich habe vor, es ihr zu sagen. Ich bin nur aufgeregt, wenn ich ihr etwas beichten muss, was sie nicht gut findet. Deshalb sollten wir es ihr bald sagen. Früher oder später kriegt sie es sowieso raus. Ich dachte nur, Christina ist hier. Was ist los? Setz dich! Ich war geschockt, dass John auch da war. Normalerweise gehe ich ihm aus dem Weg. Ich fühle mich überrumpelt. Was ist hier los? Willst du Frühstück? Was ist das? Ein Eierkocher. Für weiche Eier. So schön. Perfekt. Ja. Warum so ernst? Hier stimmt doch was nicht. Die Atmosphäre gefällt mir nicht. Irgendwas ist faul. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Er wohnt schon hier seit ein paar Tagen. Oh, no, 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 no. A few days ago. So you guys are living? Wie, bitte? You're moving. Mm-hmm. Yep. Everybody. Oh, that's so are human. Untertitelung des ZDF für funk, 2017